Ja, heute ist wirklich Abenteuer, weil wir fahren insgesamt zweieinhalb Stunden über Schotterwege, also wirklich Löcher ohne Ende. Der Hut fliegt fast weg und ja, das hier ist der erste Stopp, also wir müssen noch anderthalb Stunden fahren, wir sind jetzt eine Stunde unterwegs und das hier ist der allererste Stopp und hier ist schon die Lagune. Okay, es ist natürlich traumhaft, wir werden belohnt für einen Magen, dem es nicht so gut geht im Augenblick, aber zum Glück habe ich nur einen kleinen Kaffee getrunken und mein Onig und mein Ingmar. Also hier, das hier ist die Brücke, ja, die hat auch mal bessere Zeiten gesehen. Da ist das Meer, da vorne ist das Meer. Also es ist ein Traum, es ist ein Traum, also das kann man nicht anders sagen. Mitten im Naturschutzgebiet von Sian Khan. Dschungel ohne Ende. Die Natur ist natürlich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und dann diese schöne alte Brücke. Hier könnte man auch einen Polen-Film drehen. So ein Inside-Film. So eine Brücke, die gibt es nicht so oft. Maybe I'll just have an edge after everything that's going on, there's like a normal bug. See? See?